Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eiserlinnen und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie. Und eine sehr große Volksmangel bereitet ihr Kleider auf dem Berg, andere aber hieben Zweige von den Baum und streiten sie auf dem Berg. Und sie haben sie auf dem Berg, und sie haben sie auf dem Berg. Und eine große Werteilung spielte ihre Hände durch den Weg und andere spielte die Gäste aus den Räumen und spielte sie durch die Straße.